Hallo und Willkommen zurück zu The Legend of Zelda A Link to the Past. Sumpfpalast, der Bosskampf steht jetzt an. Okay, der Schwertstrahl bringt nichts. Wow. Okay. Zack. Auf jeden Fall, äh, bei dem Kampf müssen wir die Augen zerstören. Das sollte eigentlich klar sein. So. Mhm. Der macht auf jeden Fall Damage. Aua. Der Blitzbau-Unfair. Okay, okay, okay. Macht nichts. Fee. Fee, bitte. Okay, sechs Herzen, damit kann ich leben. So. Na. Aua. Übrigens, äh, der Schleim, der da ist, der ist auch gefährlich. Und jetzt, ach man, der macht Schaden, der macht Schaden, der macht Schaden, der macht Schaden, auf jeden Fall. Zack. So. Zack. 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 Und nochmal. jawoll jetzt haben wir jetzt haben wir gut zwei fehlen muss ich mir merken muss ich wieder beschaffen und der kristall ja der rhythmus wo ich immer mit muss link ich danke dir du hast mich aus den clown der monster befreit gar uns macht allein rechte nicht aus das siegel der sieben weisen zu brechen mit hilfe des zauberers aghanim wurden wir sie mädchen her entführt erst durch die durch unsere ererbten kräfte konnte garnern das siegel brechen danach schloss er uns in kristalle ein und verteilte uns auf die verließe der schattenwelt er wollte nicht glauben dass du der wahre held so weit kommen würdest nun wartet auf dich im schildkröten nun wartet selder auf dich im schildkrötenfelsen du musst dich sehr beeilen hast du alles verstanden möge der weg des helden zum treffers führen ui so ähm ja nächstes nächstes ähm ach quatsch erst der spiegel der spiegel so jetzt die ocarina flöte so ähm erst mal die zwei bitte dankeschön wir müssen hier irgendwo zurück zur schattenwelt okay au haa wo geht's denn von hier aus am schnellsten gar nicht alles klar wo bin ich denn jetzt da oben ähm von der pyramide aus äh okay dann machen wir es anders kakariko und von da aus das portal dann nutzen so drei bitte so ich hoffe dass ich dann zum gewünschten ort hinkomme so so erst mal hier den block weg und hinein so und weg ähm nehmen wir den enthaken so gut jetzt müssen wir den weg wieder dorthin finden wo die hexe war so aber das sieht doch gut aus sieht doch sehr gut aus so wunderbar so haha okay na komm schon her zack ich erkenne das problem ähm also das geht ja anders das geht ja anders aaaaaa okay gut idee nee doch nicht andere idee geht auch nicht jetzt bin ich ideenlos also muss ich dann nochmal zurück nach kakariko von dort aus wieder benutzen den teleporter und dann muss ich eben in die andere Richtung äh hallo Freundchen ist ja auch das Mindeste so jetzt aber so drei bitte so dann wieder das Portal benutzen so ja ja ist ja gut so dann zack und zack hoch danke und hoch damit so äh entlaken so jetzt baue ich mir einen neuen Pfad und zwar unten dann da lang okay so komme ich hin erst mal runter so runter genau hier runter so zack okay die Schießbude brauchen wir nicht zack aber schön dass die Idee schon da war für die Schießbude das muss man doch ehrlich mal sagen es ist das dritte Zelda was rauskam und schon die Schießbuden Idee so gut sehr sehr gut ähm genau so erstmal hole ich mir noch das dann werde ich sowieso einen anderen Weg einschlagen ein Weg der viel viel einfacher ist genau genau stimmt alles hat alles seine richtigkeit bislang so block 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 ja 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 und zwar nie schön äh falsch nochmal hoch okay in der Schattenwelt scheint es keine Feenquellen zu geben bislang oder korrigiert mich wenn ich falsch liege aber ich glaube nicht ich glaube nicht so und hoch block pff toll so ach geld brauche ich eh keins mehr das ist doch schaum schlägerei nur noch na so was ist hier okay laden mönchens genau ja so genau hier sind wir so gut wie richtig müssen noch ein Stück weiter ein bisschen nur noch kann es sein dass ich hier schon mal war ich glaube ja ich glaube ich war hier schon mal hab mich dann aber nicht weiter getraut genau weil ich damals noch so schwach war so und hier oben irgendwo müsste halt den oder geht das auch mit dem stein hier na hoch wow genau du hast mich aus meinem schönen träumen gerissen nimm dies und verschwinde wieder danke das erdemedallion sehr schön jetzt haben wir alle medallions wo wow fake 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 gut ähm ja wir haben das inventar voll freunde ähm ja was könnte uns da noch im dungeon erwarten für ein item die meisten werden es natürlich kennen von anderen selderspielen auch ich will da nicht vorweg greifen aber man kann darauf kommen wenn man lange darüber nachdenkt und nö mehr sag ich nicht gut jetzt müssen wir nämlich den todesberg wieder hoch kraxeln naja heim ich mal opa danke so zwei herzteile fehlen uns glaube ich noch richtig richtig so und beide herzteile sind hier oben vorhanden auf dem todesberg äh aber wo genau okay eins weiß ich aber das andere das andere muss ich nochmal ach gottchen wo war denn jetzt das andere naja wenn wir da sind wird es mir schon wieder einfallen hoffe ich so genau übrigens gibt es hiervon einen zweiten teil der nur in japan erschienen ist und auch nur für ein super nintendo add-on das es in deutschland nicht gab obwohl das add-on weiß ich nicht ob es das gab auf jeden fall gab es das spiel nicht in deutschland und zwar bs zelda the ancient stones das ist quasi der ähm zweite teil in anführungsstrichen ähm naja eigentlich ist es der zweite teil aber uneigentlich ist es der 1.5 teil also ja ist sehr merkwürdig ist sehr merkwürdig gebe ich zu so zack 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 so war doch hier ähm Zauberspiegel ähm also ah was was oh nä oh nä ok wenigstens haben wir eine feh mehr da unten ist noch eine höhle ich guck mal nach ich guck mal nach ich nehme das mit in der schattenwelt gibt es keine fehn quelle das nehme ich jetzt zurück dankeschön so gar nicht mal so gut jetzt ähm auf jeden Fall müssen wir von irgendwo runterspringen und dann den Zauberspiegel benutzen auf dem Schildkrötenfelsen der Schildkrötenfelsen ist doch hier oder oder da hinten da hinten da hinten ist er doch da hinten ist er so dann müssen wir hier wieder hoch hoppla boah übelste Atmosphäre brillenfelsen brillenfelsen genau und schildkröte ist dann genau hier war brillenfelsen ah okay also müssen wir doch wieder wechseln denke ich mal in die lichtwelt so dann müssen wir weiter nach rechts an Herastom vorbei so okay dann können wir hier einflocken zack hier gibt's rote arachnox zack oh fee komm her du bist die zweite komm her genau sehr schön so ähm bitte in die höhle mal eintreten hier gibt's zwei moldoms okay ja ähm da geht's runter warum auch immer was zum Henker wo bin ich da ist auf jeden fall was ah hier ist ein portal alles klar alles klar gut aha ja Freunde wie es weitergehen wird das sehen wir im nächsten Part da werden wir auch die letzten beiden Herz teile denke ich mal holen und den siebten Dungeon betreten Freunde freut euch schon mal drauf ich sage bis zum nächsten Mal ciao ciao